Und damit herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz, auf der wir Ihnen unseren neuen Cheftrainer Dieter Hecking vorstellen wollen. Bei mir ist natürlich auch unser Sportvorstand Jonas Bolt. Und Jonas, ich würde dich dann gleich bitten, einmal deine ersten Arbeitstage beim HSV zu skizzieren, die ja in der heutigen Trainerverpflichtung gegründet sind. Ja, moin moin zusammen. Herzlich willkommen, Dieter. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, jetzt relativ schnell unseren Wunschkandidaten zu verpflichten. Für viele wird es vielleicht keine Überraschung gewesen sein, jetzt auch nachdem eifrig spekuliert wurde. Aber wir hatten ja über das Profil schon gesprochen und skizziert. Und ich glaube, dass es trotzdem keine Selbstverständlichkeit ist, dass Dieter als renommierter Bundesligatrainer, gerade mit Mönchengladbach die Europa League noch erreicht hat, sich jetzt zum HSV bekannt hat. Und ich denke, das zeigt auch, dass wir wirklich hier jetzt anpacken wollen, mit Dieter jemanden haben, der genau für das steht, für Ruhe, für Kontinuität etwas Sturm aushalten können. Und wir sind uns, glaube ich, schon öfters über den Weg gelaufen, hatten auch schon Regenaustausch immer mal in der Vergangenheit. Und ich persönlich freue mich auch sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Und ich denke, dass das hervorragend passt. Vielen Dank, Jonas. Und herzlich willkommen, Dieter Hecking. Ich glaube, vorstellen muss man dich hier niemanden mehr. Dann darf ich dich trotzdem um ein paar Worte der Begrüßung an die Hamburger Journalisten bitten. Ja, ich denke, großteil, wenn ich hier in die Runde gucke, also viele bekannte Gesichter. Wenn man im Norden wohnt, im Norden viel gearbeitet hat, dann ist das eine oder andere Gesicht doch schon bekannt. Und natürlich auch in den letzten Tagen das eine oder andere Telefonat schon wieder geführt worden, weil man keine Ruhe geben wollte. Aber manchmal brauchst du ein bisschen Zeit, bis man sich zu einer Entscheidung bekennt. Und heute ist es gefallen, beziehungsweise gestern Abend ist die Entscheidung gefallen, dass ich sehr gerne zum Hamburger SV komme. Ja, diesen Verein eigentlich, seitdem ich kleiner Junge war, immer verfolgt habe. Ich habe es mal irgendwo erzählt, vor kurzem mal im Interview, dass ich immer Kevin Kieken-Fan war zu seiner Hamburger Zeit. Und das hat mich so ein bisschen immer zum HSV hingezogen. Und jetzt bin ich Cheftrainer dieses Vereins. Das ist immer noch nach wie vor tollen Vereins, natürlich, der gerade ein bisschen im Sturm ist. Aber dafür hat der Jonas ja meine Arbeitsbeschreibung schon gegeben. Ein bisschen Ruhe reinbringen, hoffentlich den Erfolg wieder zurückbringen. Das sind die Hauptaugenmerke, die wir jetzt angehen werden. Ich glaube, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich heute hier als Cheftrainer beim HSV vorgestellt bin. Vielen Dank, Dieter Hecking. Und dann sind Sie mit Ihren Fragen dran. Sven Töllner von Sky Sport News in der Mitte. Macht den Anfang. Ja, moin, Herr Hecking. Mussten Sie denn jetzt nochmal die Dinge neu bewerten nach den Veränderungen im Vorstand hier? Oder stand die Entscheidung für Sie eigentlich soweit fest und aus voller Überzeugung auch getroffen? Ja, Entscheidungen trifft man immer aus voller Überzeugung. Aber dass das Fußballgeschäft schnelllebig ist, natürlich auch gerade insbesondere im Moment beim HSV in den letzten Tagen. Klar, das kam auch für mich überraschend. Aber nichtsdestotrotz ist ja die Aufgabe da. Und es ist eben so, dass du dich mit dem Ralf Becker oder ich mich mit dem Ralf Becker sehr gut ausgetauscht habe. Er hat mir ein sehr gutes Bild vom HSV gezeichnet, was der Jonas mir jetzt am letzten Sonntag auch nochmal aufgezeigt hat. Also von daher war ich sehr im Bilde und hatte von Anfang an, als das Interesse an mir bekannt wurde oder signalisiert wurde, so ein Seiten des HSVs, war mein Interesse da. Natürlich muss man sich dann viele Gedanken machen. Will man diesen Schritt machen? Ist man soweit, dass man das anpacken möchte? Und das kam eigentlich relativ schnell bei mir durch, dass ich sage, ja, das ist eine Aufgabe, die ich spannend finde. Und es gab ja noch eine Aussage von mir in den letzten Interviews von mir, dass ich gesagt habe, wenn ich was mache, dann muss es was sein, was mich packen kann. Ja, Liga unabhängig. Und deshalb stand das für mich eigentlich außer Frage. Und es waren mit Ralf Becker, denke ich, sehr konstruktive Gespräche, muss ich wirklich sagen. Er hat ein sehr, sehr gutes Bild gezeichnet vom HSV, was ich vorfinden werde. Dass es dann zu der Entscheidung gekommen ist, ist nicht meine Entscheidung. Ja, und Jonas Bolt hat dann diese Gespräche mit mir fortgeführt. Und dadurch, dass ich gut im Bilde war, man baut keine Luftschlösser, das ist gut so. Ja, ich glaube, ein bisschen Demo tut uns gut. Ja, und trotzdem sind wir voller Tatendrang. Und jetzt versuche ich, das, was Ralf Becker angedacht hat, versuche ich jetzt mit Jonas zusammen auf die Breihe zu bringen. Und ich hoffe, dass es uns gelingt. Thorsten Vorbau in der Fernseh. Tore Herking. Sie wissen, es hat schon viele Trainer in den vergangenen Jahren vor Ihnen hier gegeben. Ist das auch so ein bisschen der Reiz, das mal besser zu machen, um mal länger auszuhalten hier? Nein, das sollte nicht der Reiz sein. Ich glaube, jeder meiner Vorgänger hat mit bestem Wissen und Gewissen versucht, das Optimale rauszuholen. Dass es nicht gelungen ist, das steht mir außen vor, das zu bewerten. Heute bin ich da mit Ideen, mit Versuchen, mit meiner Art hier erfolgreich zu arbeiten. Und was meine Vorgänger angeht, sie haben, glaube ich, alle versucht, das Beste zu machen. Und mal gelingt es, mal gelingt es weniger gut. Das habe ich selber ja auch schon erfahren dürfen. Mal ist man total erfolgreich, man fällt von einem Sieg in den anderen und dann gibt es auch Phasen, wo es eben nicht so gut läuft. Und ja, deshalb stelle ich mich dieser Aufgabe jetzt. Aber das war nicht der Grund, es irgendwie besser zu machen als meinen Vorgänger, weil ich glaube, das weiß ich selber, jeder hat seinen Ansatz und jeder versucht immer, erfolgreich zu arbeiten. Max Niggelsen, NDR 2. Sie haben ja in Wolfsburg eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt, auch in Gladbach, das Saisonziel Europa-Pokalqualifikationen erfüllt. War die zweite Liga kein Hindernis oder was Sie abgeschreckt hat? Nee, genau. Das ist es. Überhaupt nicht. Weil ich bin jetzt 14 Jahre Bundesliga-Trainer gewesen. Ich kenne jeden Platzwart, ich kenne jeden Zeugwart der Bundesliga, ich kenne jede Anfahrt. Ja, und wenn man dann an so einem Punkt ist, wo man über das Ende in Gladbach nicht gerade glücklich war, weil man gerne natürlich das auch fortgeführt hätte, was man angefangen hat, aber dann ist das eben auch die Schnelligkeit des Geschäftes, dass man sich mit neuen Aufgaben beschäftigen muss. Und ich habe mir die Frage gestellt, was will ich? Ausland kam nicht in Frage für mich, zurzeit auf jeden Fall noch nicht. Andere Herangehensweisen, Sportdirektor zum Beispiel, was auch an mich herangetragen wurde, das vielleicht in Hannover zu machen, war für mich auch der falsche Zeitpunkt. Und dann fragst du dich, was erwartet dich, wenn du jetzt nicht gerade sofort am 1. Juli in der Bundesliga arbeitest, was erwartet dich das, was ich schon drei, vier Mal gemacht habe? Eine Mannschaft zu übernehmen, die irgendwo vom Abstiegsplatz steht, die man wieder aufpeppen muss, die dann irgendwann wieder in bessere, ruhigere Situationen reinkommt, möglichst dann auch noch erfolgreich, siehe Nürnberg, Wolfsburg und Gladbach. Das ist jedes Mal gelungen, aber das war nicht der Reiz. Und der Reiz lag jetzt wirklich darin, den HSV hier zu übernehmen mit einem ambitionierten Ziel, das kennt jeder. Und das ist der Reiz, warum ich hier bin. Und das hat mit der Liga überhaupt nichts zu tun. Und ich freue mich auf die zweite Liga, weil ich glaube, das ist auch für mich wieder genau das, was ich jetzt brauche, dieses Spannungsgefühl, wieder mal von unten was aufzuarbeiten, wieder gestalten zu können, vom ersten Tag an mitzugestalten können und hoffentlich dann erfolgreich gestaltet zu haben am, was weiß ich, 17. Mai ist, glaube ich, letztes Spieltag 2020. Das ist jetzt die Aufgabe. Und da habe ich Spaß dran gehabt. Und das ist das, was mich hier nach Hamburg gebracht hat. Nämlich genau dieser Reiz, eben nicht wieder das zu machen, was man sowieso machen könnte, sondern mal was zu machen, was außer der Reihe fällt. Viele haben gesagt, was tut er sich da an? Ja, nee, ich tue mir nichts an. Ich freue mich drauf. Lars Pegelow, NDR 90,3. Einmal auf der anderen Seite. Herr Hecking, ich würde gerne noch mal kurz einhaken an der Einstiegsfrage. Sie hatten ja, wie Sie eben auch geschildert haben, mit Ralf Becker die ersten Gespräche geführt. Hatten Sie zwischenzeitlich, also um jetzt mal die Vergangenheit sozusagen abzuarbeiten, hatten Sie zwischenzeitlich mal überlegt, was ist da eigentlich los in Hamburg? Ich mache das nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Nein, man hat so gewisse Dinge im Kopf, als Spieler, als Trainer, was einen reizen könnte. Und ich habe es ja gerade in der ersten Antwort auch so ein bisschen versucht zu skizzieren, dass der HSV irgendwo immer so einen Stellenwert hat. Auch bei uns in der Familie mit meinem Sohn, der glühende HSV-Fan ist. Und der gerade auf den Verheuerinseln sitzt und sagt, Gott sei Dank, es hat geklappt. Ja, hoffentlich enttäusche ich ihn nicht. Aber nein, es geht mir darum, dass ich einfach ein gutes Gefühl haben muss, sonst kann man diese Aufgabe ja nicht angehen. Ja, und ich hatte zwischenzeitlich auch in den letzten 14 Tagen mal Kontakt mit Bernd Hoffmann, der mir das auch nochmal skizziert hat, wie es aussehen könnte. Und das ist für mich das Wichtigste, dass man gewollt ist, dass es nicht taktiert worden ist, sondern dass man mir klar das Gefühl gegeben hat, wir trauen dir zu, mit uns zusammen erfolgreich zu arbeiten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sondern dass man das Gefühl hatte, man ist der Wunschkandidat und nicht noch zwei, drei, vier andere Kandidaten im Raum stehen, mit denen man sich irgendwie duellieren muss und dann irgendwo den Zuschlag kriegt. Dann gibt es aber schon wieder Dinge, wo man das Gefühl hat, nun stehen die jetzt alle hinter der Entscheidung. Und dieses Gefühl hatte ich so bei Bernd Hoffmann vor allen Dingen auch. Bei Ralf Becker hatte man immer noch so das Gefühl, ja, da gibt es auch noch andere Kandidaten. Das ist aber auch sein gutes Recht als Sportvorstand, dass er sich auch in Alternativen umgucken muss. Und als Jonas jetzt kam, da war von vornherein auch wieder sofort zu erkennen, nein, du bist mein Wunschkandidat. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du als Trainer spüren musst, dass du nicht gegen Vorwalte ankämpfen musst, sondern dass du mit offenen Armen aufgenommen wirst, um dann eben gemeinsam hoffentlich erfolgreich zu arbeiten. Ich glaube, ich habe mal noch einen Nachschieben. Ich habe es gerade gewonnen. Ich bin noch nicht aus der Hand gerissen worden, das war der Fehler. Vielleicht könnt ihr einmal skizzieren, es gibt ja jetzt... Es gibt ja jetzt noch kein klares Bild der Mannschaft. Also es sind einige Spieler gegangen, einige gekommen. Es wird noch sicherlich Veränderungen geben. Was muss in kurzen Worten vielleicht aus jeder Sicht geschehen, damit man tatsächlich am ersten Spieltag oder so sagen kann, wir sind gut genug aufgestellt für den Aufstieg? Ganz einfach arbeiten. Am Kader zu arbeiten jetzt. Versuchen gewisse Ideen, die Jonas schon ein bisschen mir aufgezeigt hat, versuchen an denen zu arbeiten, was ist umsetzbar und keine Wasserstandsmeldungen abgeben, was könnte sein. Ich glaube, wenn man das sieht, was beim HSV, klar, der andere Spieler ist schon weg, wir haben auch schon Spieler verpflichtet. Das sind alles Dinge, die müssen jetzt auch kommen, klar. Aber wir haben bis zum 31.08. Zeit eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir beim voraussichtlichen Trainingsstart am 17. Juni dann schon die Mannschaft haben, die dann auch vielleicht am vierten oder fünften Spieltag für uns dann die Punkte gewinnen soll. Das braucht ein bisschen Geduld. Da bitte ich euch auch darum, dass ihr jetzt nicht jedes Mal nachfragt, was machen die beiden jetzt, wen holt er jetzt? Wir wollen natürlich, wir müssen was tun, gar keine Frage. Aber es muss trotzdem auch gut durchdacht sein. Und nicht jetzt irgendwie einen Schnellschuss, um mal eben schnell alle zu beruhigen, beruhigen wir schnell zwei, drei Kandidaten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir von der Qualität überzeugt sein müssen, dass wir das dann auch Spieler bekommen, die Bock auf den HSV haben. Aber vor allen Dingen auch standhaft genug sind, auch diesem Druck, der natürlich da ist, wenn du als einer der Top-Kandidaten in die Saison startest, dem auch standzuhalten. Das ist ja das Wichtigste. Henrik Jakobs von Hamburg-Armblatt. Und wenn die Frage noch offen ist, gerne ist Sven Tönner von SkySport Newsletter. Moin, Herrgäng, willkommen erstmal. Können Sie schon mal sagen, zu Ihrem Trainerstab, ich gehe mal davon aus, dass Sie Dirk Bremser wieder mitbringen. Reicht Ihnen normalerweise ein Co-Trainer? Hier gibt es ja auch noch einen bestehenden Trainerstab, Torwarttrainer. Was haben Sie da für Vorstellungen? Ja, dass der Dirk an meiner Seite ist, das ist kein Geheimnis. Ich denke, das ist nun mal wie meine zweite Ehefrau. Den wechselt man nicht so einfach aus. Dafür ist er zu loyal und auch zu gut. Vom Fachlichen her einfach zu gut. Und über die weiteren Personalsituationen verstehen Sie, ich habe gerade unterschrieben. Natürlich hat man da auch Vorstellungen, vielleicht gibt es auch die anderen Veränderungen noch. Aber auch da alles mit Ruhe. Ich muss mir auch erstmal die Kandidaten hier angucken, mal mit ihnen sprechen, was sie für Vorstellungen haben. Vielleicht trifft der auch was auf mich zu sagen. Das ist doch gut, warum sollen wir da was verändern? Also nicht jetzt immer wie eine Axt im Walde durch den Staff gehen und einfach mal Unruhe schüren. Nein, erstmal gucken, was man hat. Reicht die Qualität? Ist die Qualität ausreichend? Und dann, wenn man der Meinung ist, man muss das verändern, ja, dann werden wir es auch verändern. Sind Sie denn einverstanden mit der Saisonzielsetzung, wie der Aufstieg als großes Ziel? Das ist ja eigentlich, bevor Sie hier jetzt in Amt und Würde gestanden haben, schon formuliert worden. Halten Sie das für eine kluge Prognose sozusagen? Prognosen können eintreten, oder? Absolut, ja. Aber ob man sich dann vielleicht unter Druck setzt, ist ja vielleicht auch eine Frage, was möglicherweise gar nicht notwendig. gewesen wäre, was halten Sie davon? Stehen Sie da voll dahinter? Glauben Sie, dass der HSV in den letzten fünf Jahrzehnten jemals nicht unter Druck gestanden hat? Nein. Ich glaube es nicht. Also warum soll sich das jetzt ändern? Also dessen muss man sich doch bewusst sein, dass wenn du für den Hamburger SV arbeitest, dass da immer ambitionierte Ziele sein müssen. Ja, und alles andere wäre auch nicht vertretbar und das wäre ich auch nicht hier. Ja, das muss ich auch sagen. Aber wenn man mir gesagt hätte, wir wollen guter Zweitliges bleiben, ja, dann würde jemand anders sitzen heute, glaube ich. Thorsten Vorbau, ein der Fernsehen. Und das wollte Sie, werden sich so wie der Vorgänger Reisbecker auch wirklich ganz bewusst für einen erfahrenen Trainer dieses Mal ausgesprochen haben. Warum? Also ich habe es ja bei meiner Vorstellung schon geäußert, warum und wie das Profil aussieht, wie mein Vorgänger das jetzt skizziert hat, kann ich jetzt relativ wenig zu sagen. Aber ich glaube einfach von außen betrachtet, wie ich den HSV die letzten Jahre kennengelernt habe, dass eben eine gewisse Ruhe von Nöten ist, dass ein Trainer gefragt ist, der sehr viel Erfahrung mitbringt auf verschiedenen Gebieten. Ich verfolge und kenne Dieter, glaube ich, aus Zeiten bei Alemannia Aachen in Nürnberg und später dann eben über Wolfsburg, Mönchengladbach. Arbeiten wir jetzt endlich mal zusammen. Wir hatten immer mal einen regen Austausch und ich glaube, dass das eben sich auch sehr gut ergänzt, A von der Denkensweise, wie ich das sehe, da haben wir drüber gesprochen, aber eben auch B von den Typen. So ein paar Jahre, glaube ich, dazwischen, Dieter. Das kann, glaube ich, sehr gut passen und ja, ich hatte das Profil bewusst so skizziert und bin sehr froh, dass mit Dieter eben jetzt genau der Kandidat auch da ist, den ich vielleicht damit auch gemeint habe. Simon Brasch von der Mopo und danach Kai Vettel von der BZ. Eine Frage an beide Herren bezogen auf den bestehenden Kader. Ich glaube, dass Ralf Becker dem einen oder anderen Profi auch schon gesagt hatte, dass er sich vielleicht einen neuen Verein suchen sollte. Gibt es da jetzt eine völlig neue Bewertung Ihrerseits oder bleiben solche Dinge auch bestehen? Wir können natürlich nicht jedes einzelne Gespräch nachvollziehen, was es gegeben hat. Der Kenntnisstand, welche Gespräche stattgefunden haben, den kennen wir. Wir haben mit Michael Mutzl, ja ein Sportdirektor, der auch schon seit April eben dabei gewesen ist, der die Einarbeitung hier von mir auch extrem erleichtert. Und am Ende geht es darum, wer ist bereit, für den HSV zu spielen? Und wer ist bereit, eben die gleichen ambitionierten Ziele, die wir verfolgen, genauso zu sehen? Und da ist jeder herzlich willkommen. Und was das dann bedeutet, werden wir dann sehen. Darf ich noch? Nee, frag mal. Herr King, Sie kennen den Kapitän des HSV, Aaron Hunt, kennen Sie aus Wolfsburg, glaube ich, noch. Welche Erinnerungen haben Sie an ihn und freuen Sie sich auf die neuerliche Zusammenarbeit? Ja, Aaron ist damals auch geholt worden. Wir waren uns damals, von Werder Bremen ist er damals gekommen. Klaus Allers hatte einen sehr guten Rat zu ihm. Und bei uns war es nicht immer ganz so einfach. Das kann ich, deshalb wird die Frage ja auch kommen. Braucht man nicht hinten rumkommen, kann man ruhig direkt fragen. Ja, nein, Aaron war eine schwierige Zeit für ihn, auch bei mir. War irgendwo mal, hat er ein richtig geiles Spiel gemacht, wo er, glaube ich, zwei, drei Tore gemacht hat. Beim nächsten Spiel hat er dann nicht gespielt, das hat er nicht ganz so verstanden. Und da war so ein bisschen kleiner Bruch drin. Aber auch da, Aaron, denke ich, hat, glaube ich, in der letzten Saison, ich habe nur eine Statistik gelesen, wenn er auf dem Platz stand, wie oft hat der HSV gewonnen? Sehr oft. War er nicht auf dem Platz, war es nicht so gut. Also, das ist ja schon auch ein wichtiger Spieler. Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass an die Dägen mit Aaron Hand spricht. Ja, das ist das Entscheidende. Und das werden wir tun, sicherlich, sehr zeitnah. Und da ist alles offen. Keine fette Bild-Zeitung und danach die Versheilung von der Gruppe. Hallo Herr Bolt, hallo Dieter. Herr Bolt, können Sie irgendwas sagen über die Vertragslaufzeit des Trainers? Und, B, Dieter, wie empfindest du denn in den Zweitliga-Fußball? Mit Gladbach hast du super Fußball gespielt und in der Zweitliga sieht der Fußball nicht ganz so schön aus. Soll ich anfangen? Also, ich kann es ziemlich genau sagen. Wir haben einen Einjahresvertrag abgeschlossen mit Dieter Hecking, der sich automatisch verlängern würde, wenn wir unsere Ziele erreichen. Ja, was Zweitliga-Fußball angeht, ich glaube, dass die zweite Liga doch schon aufgewertet worden ist in den letzten Jahren. Ich denke, wenn man sieht Heidenheim, wie die gegen Bayern München gespielt haben im Pokal. Ja, wenn man jetzt auch sieht, wer in der zweiten Liga alles mitspielt. Ich denke, mit Stuttgart jetzt auch noch als Absteiger. Ja, das ist schon eine hochinteressante Liga. Und ich glaube, dass auch da der Fußball sich enorm weiterentwickelt hat. Dass natürlich da immer noch ein Unterschied sein muss zur Bundesliga, ist auch klar. Aber letztendlich muss man sich den Begebenheiten anpassen. Sprich, anpassen nicht, dass wir hoffentlich nur Rumpelfußball spielen. Aber so sehe ich die zweite Liga nicht. Ich glaube, in den vergangenen Jahren hat die zweite Liga sportlich und auch fußballerisch deutlich zugelegt. Ja, und das macht sich auch in den Ergebnissen bemerkbar, wenn Sie das Union Berlin, den VfB Stuttgart dann aus der Relegation schießen. Ja, da sieht man, dass auch in den unteren Klassen Weiterentwicklungen sind. Und deshalb nochmal, die zweite Liga wird mir manchmal unter Wert verkauft in Deutschland, sportlich. Und Entspannung wird sicherlich nicht fehlen nächstes Jahr. Die Frage von Niklas wurde mit abgeräumt. Gibt es sonst noch weiter Fragen? Hendrik Jakobser mal vom Armblatt. Herr Hacking, Sie haben vor ein paar Monaten mal gesagt, dass Sie sich das irgendwann mal vorstellen könnten, auch Bundestrainer zu werden. Jetzt sind Sie erstmal beim HSV. Würden Sie sagen, die Herausforderung ist eh nicht groß? Ja, also nochmal, wenn man den HSV mal als Verein nimmt, das ist etwas, wo schon eine Riesenherausforderung ist, gerade auch in der jetzigen Situation. Aber das bin ich halt. Ich mag lieber Herausforderungen, wenn ich irgendwo Beamtenfußball oder Beamtenarbeit abliegere. Nichts gegen Beamte, nicht falsch verstehen, aber im Fußball braucht man das mal, dieses Wort. Ja, ich will Fußball leben, ich will die Leidenschaft führen, ich will auf dem Platz stehen. Und ich glaube, es könnte so sein, dass ich hier am richtigen Ort bin gerade. Ja, da oben Rasmus Godau für Sport 1. Herr Hacking, Sie haben auch vor kurzer Zeit den Umgang mit Trainern kritisiert. Jetzt gab es vom HSV auch zwei Entlassungen in der letzten Saison. Und steht dann Ihre Verpflichtung, einen gewissen Widerspruch zu Ihren Worten? Ja und nein. Ich habe kritisiert, dass selbst jetzt, wenn du erfolgreich arbeitest, dass Trainer in die Kritik geraten. Nochmal, das ist Vereinsvorständen immer vorbehalten, an den leitenden Positionen auch etwas zu verändern. Das habe ich damit nicht gemeint. Aber für uns Trainern wird es natürlich schwieriger. Wenn du nicht erfolgreich bist, weißt du, was in der Regel kommt. Aber ich habe auch gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass viele Vereine mal wieder durch eine Talsohle durchgehen mit einem Trainer. Weil ich glaube, daran wächst erst so ein Verhältnis. Wenn man mal als Verein mit einem Trainer, mit einem leitenden Angestellten durch eine Delle gegangen ist, wo man sich mal gerieben hat, wo man unterschiedlicher Meinung mal sein muss, wo man konstruktiv Kritik äußern soll. Dann halte ich das für wichtig, dass man da mal durchgeht und nicht sagt, gut, okay, das passt nicht mehr, wir machen was Neues. Und das würde allen ein bisschen gut tun, weil auch ihr schreibt über Kontinuität, Konstanz. Jeder möchte das gerne, die Vereinsverantwortlichen wollen das gerne, wir Trainer möchten das gerne. In der letzten Zeit ist es selten gelebt worden. Weil es daran fehlt, dass man nicht gut kommuniziert, weil man nicht mehr bereit ist zu streiten, konstruktiv zu kritisieren, mit dem Ziel, gemeinsam wieder erfolgreich zu sein. Und das würde ich mir halt für uns Trainer häufiger wünschen, dass so gearbeitet wird. Und ich glaube, dass ich mit meiner Meinung nicht ganz alleine stehe. Weil das betrifft jeden, der hier im Raum sitzt. Lars Pegelow, Ende 90,3. Herr Hengig, bislang ist der 17. Juni als Trainingstart geplant. Kurze Frage wäre, ob das dabei bleibt als erstes. Und was machen Sie bis dahin? Also werden Sie sofort Ihre Lage aufschlagen? Oder werden Sie nochmal zwei Wochen irgendwo hinfahren ans Strand und dann mit Laptop und Handy das so gestalten, dass sich Ihre Familie total über einen erholten Urlaub freut? Ja, so wird es nicht sein. Meine Frau hat schon, wenn, dann von 8 bis 22 Uhr Handy ausfällig in Urlaub fahren würde. Das wird nicht gelingen. Also nein, es ist schon so. Natürlich brauche ich auch mal eine Woche Minimum Urlaub, wo ich mal raus bin. Ja, aber die Arbeit ruft natürlich jetzt auch. Da kann man sich nicht ganz rausziehen. Ja, das wird ein enger Austausch sein mit Jonas. Mit Spielern zu sprechen, zu telefonieren, vielleicht auch zu treffen. Das wird natürlich jetzt parallel auch im Urlaub stattfinden müssen, weil da können wir keine Zeit verlieren im Moment. Also wir können nicht jetzt sagen, der Henging geht mal in Urlaub, der Jonas Boll geht mal in Urlaub und dann haben wir schon alles. Also das wird nicht passieren. Und Trainingsstart, ja, ist im Moment 17.06. Wir werden uns jetzt im Anschluss an die PK nochmal zusammensetzen und mal die Trainingsvorbereitung nochmal durchgehen. Trainingslager, ja, wann, wo, wie. Ja, Freundschaftsspiele, mal gucken, was gibt es an Anfragen, wie passen die rein. Dass man da relativ schnell auch die Vorbereitung steht. Das wird jetzt wichtig sein. Ich schaue nochmal in die Runde, sehe aber keine Handzeichen mehr. Dann herzlichen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz. Allen noch einen schönen Tag und die Fotografen haben jetzt, wie versprochen, die Möglichkeit, Bilder zu machen. Wir gehen auch nochmal kurz ins Stadion dafür. Wir gehen auch mal kurz ins Stadion dafür.